hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren episode hier von harry potter wir sind hier letztens in der letzten episode haben wir hier einen test geschrieben hier intern und da kam plötzlich friend in schwarz rein mit den heulern und whatever und hat ein bisschen für rohre gesorgt ich will da hinten ich will dadurch oder eben wieder raus hier dass das war noch banner sind die hier bei die wir auf möbeln können aber wir gehen wieder raus denn wir müssen natürlich dem geister hier folge im geiste haben wir hier irgendwas zusammenbrauen ich glaube ich jetzt einfach nur ein eis eine butter eine rassel und ein bisschen dreck am boden wo hier ist aber ganz viel losgewiesen ich glaube da muss der hausmeister ein bisschen ran hier aber kann es auch mal wieder machen dann hat es noch nie gemacht ich muss hier durch muss hier durch ich putze hier mit der putzmeister rechts ran bitte hoch wieder runter das spiel ist echt ein bisschen verwirrend mit den gängern und das ist echt top ach der mit machen drin ja da waren wir schon da waren wir schon und da waren wir schon was wird das heißen was wenn wir tun was wenn man verklagt wird zu was ach so das abschluss spektakel die weasleys game von dann ja ja was gezeigt ach nein die narbe wieder das ministerium und der kugel durchs feuer miesen bei schnopfen schnodder irgendwas nach ok irgendwas ist aufgetaucht hier ich glaube die mutter hat ein bisschen so viel gehabt heute das sprudel ist ja aus dem wend oh david ja wir sind hier in umbrichs büro so noch einmal ja wir haben es und wir müssen hier den trank wieder lüften wir sind erfinden sorry wollte ich nicht so dass sie jetzt heißen ach hier kommt eine gatte oh scheiß den teller nein das dauert aber lang ey katze nein nein da war der schlange jetzt geht oben lang ja dazu erstmal das ding irgendein fuck it katze wieso musst du immer alles rausschmeißen hier es gibt lange zu denken hier lenken und denken lenken und denken lenken und denken so rot unten ach dass sie oben und unten durch könnte also ist nach rechts dran und dann kommt die da ins bild oh scheiße die ist riesengroß und zack haben wir das ding ich glaube wir werden hinein springen die blöde katze 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 wir werden in den wald gehen und da kommt das fiese ungeheuer die hat irgendwie angst die umbritzt angst im keller und wir müssen jetzt die eigens einheizen so am bridge du bekommst eine furcht gewittelt ich glaube die ist irgendwie auf nonsens hier wir waren ja ziemlich schön viel im verbotenen wald aber es ist verboten es ist irgendwie crazy mother fucking hole die hübschen sie haben das für mich der früße der früße die schäuze der früße der früße der früße der früße der früße Dota, ey, der Greeny Direct wirkt das Ding aber sehr viel ab. Oh, und jetzt können wir das zaubern und uns einen Fahrstuhl basteln. So, wir sind oben, das ist ja, dann können wir ihm nach. Und, das soll denn eine Pflanze sein, die... Na nun? Jetzt kommt die unten und frisst das Ding runter. Oha. Ach, die geht jetzt weg, so. Ah, jetzt habe ich das System begriffen, hier. Aha, okay, super. Na, boah, ne Kötze braucht man nicht. Und wir können dann durch, wir können dann durch, wir können dann durch. Charmine, du musst deinen Fluffy holen. Graben, wir sind im Dreck rum. Wir graben einmal im Dreck rum, das können wir am besten. Und das muss einfach hier so angebracht werden. Weiß egal, warum. Noch so ein Ding. Und, Charmine, bitte sehr, deine Katze wieder. Wir brauchen nämlich die sehr, sehr wertvoll. Mit seinem Schwänzchen und seinem beschissenen... Whatever hier. Und das dritte hier. Kann sich das Blümchen mal verziehen. Ach, okay. Wiii. Haben wir hier unten irgendwas noch, dass wir betreten können? Nein, wir haben hier gar nichts, liebe Leute. Einfach nur Stoß im Kopf. Könnte ich die schöne Sonnenblume, nicht die Sonnenblume, aber es ist irgendeine Blume hier betreten, die wir mal geschaffen haben, so. Aus heiterem Himmel. Nein. Ach, da ist der zwar drinnen. Und wie kriegen wir den raus? Ernsthaft die Frage, wie kriegen wir den raus? Wiii, 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 wiii. Na, die erste hätten wir mal. Zweite und letzte. Und gehen wir durch. Müssen ja. Und jetzt finden wir der alte Gollum. Oh. Oh. Jetzt. Fühlt sich auf wie, äh, eine Diva. Pocketbike oder was? Vögel hast du mit Drachen verscheuchen. Mal alles müssen dann kommt machen, dann können wir irgendwas mal reißen. Wir müssen ja ein lautes Objekt bauen. Ja, woher denn sonst? Also ich meine, nö, wir sind ja nicht irgendwie zum Spaß hier. Nein. Wir bauen hier eine Terrainflöte. Ne, ein Bike, genau. Na, hier, komm mal her. Hermine, sorry. Ach, da fliegt, da fliegen sie ja weg. So. Ach, da fliegen sie ja weg. So. Eis, 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 Mann. Beschissenes Scheiß. Vieh hat meinen Karten zerstört. Wie ich Lärm mache. Kommt unsere Wohnmobile wieder angezattelt oder haben wir es jetzt endgültig verloren? Nein, haben es nicht. Super. Miii. Nein, 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 nein. Nein. Sorry, Hermine, wenn du ein bisschen dreckig geworden bist. Aber tut ja nichts zur Sache, dass es mir ein bisschen dreckig wird. Na, hier lang, du tote Mann. Ach, das ist schon da. Okay. Und was jetzt? Soßen-Taktik oder was? Mit Eim hat es nicht gerechnet. Mit einem Riiiiese. Na, Umbridge? Dann geht's dir gut, hä? Komm, lief von der Herr aus, hä? Und ab geht's. Tschüssi. Wir hauen's mal mit der alten Tante. Die kann sich verziehen. Die werden wir nie wieder sehen. Oh. Level abgeschlossen, liebe Leute. Und? Wie sieht's aus, hä? Genau. Ach, Glückwunsch ansteigen. Oh, liebe Leute. Bisschen seid ihr in der nächsten Episode. Bisschen Frühjahrs geplant, aber... Es ist ein cooler Schnitt. Tschüssi Kowski, Freunde. Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Willkommen im Spiel. Links unten könnt ihr, wenn ihr draufklickt, auf die Playlist kommen. Ansonsten genießt das Outro noch ein bisschen, dass Zusammenschnitte von mehreren Videos enthält. Wenn ihr mehr schauen wollt, gebt den Daumen, den Video einen Daumen hoch, ein Fafo da lassen oder ein Abo. Das wäre sehr, sehr nett, liebe Leute, denn so weiß ich. Kritik kommt an. Super. Ich kann weiter produzieren. Ja. Es gefällt euch. Bis dahin. Tschüss. Aben, Time to be. Ich kann wieder. Tschüssi Kowski, Ries. Vielen Dank.